halli hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu green fall ja weiß gar nicht falsch gemacht ich hab ich muss mal ich weiß nicht ob ich spielen kann weil ich stelle gerade was nein also ich wollte jetzt eine aufnahme probieren weil ein moment mal bitte das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gerade aber das hat was damit zu tun was ich euch erzählen will und zwar habe ich momentan das sogenannte ulinares rinnensyndrom und zwar ist ein nerv also dieser ulinares nerv im elbo im ellenbogen eingeklemmt und ja der sorgt dafür dass bei meiner linken hand die linke hälfte der handfläche innen und außen der kleine finger und die eine hälfte vom ringfinger taub sind und stellen also durchgehend kribbeln ja ich war beim arzt das muss jetzt halt er wir wollen erst mal gucken dass das von alleine raus geht indem ich ruhig stelle das heißt den elbo den ellenbogen halt nicht mehr auflege oder ab mich darauf abstütze oder so das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen zusätzlich ja sollte das halt nicht teilen muss halten schiene her und im schlimmsten fall halt eine operation ich mache mir da halt immer sehr viel panik drum ja und hoffe natürlich dass es jetzt nicht ganz so schlimm wird aber ich bin gespannt ich denke mal bis ihr das let's play seht hat sich das auch schon wieder erledigt hoffe ich glaube ich naja so ich wollte genau wir müssen die entdeckungen fußstöpfen preis erklären sie doch genau da müssen wir noch mal hin champion arena ist egal schmuggelware gut könnte man noch machen ist aber auch nicht los wütender dann trägt grab der reisenden zerstörigen ach sprich mit den jägern von benzer und sprich mit den missionaren ach so ok gut dann ist das ja jetzt so gesehen unsere eine hauptaufgabe und müssen wir hinlaufen wer beste möglichkeit na ja was wollte ich jetzt noch sagen ich tue natürlich jetzt trotzdem noch meine hand und alles bewegen und die finger halt und so weil ich auch aus testen möchte und soll warum ist im weg ja dass das halt nicht schlimmer wird immer schön in bewegung halten und weil es kann sich halt auch so eine genannte krallen hand bilden dass man sich dann gar nicht mehr bewegen kann was ich denn da hinten ach das ist ein lager von uns alles klar es ist ein lager von uns ok gerade noch mal nachgeguckt ob es ein bisschen gestockt hat hat es ich weiß halt nicht wo lange woran das liegt also es kann sein dass das eines meiner schlechtesten eines meiner schlechten let's plays wird weil ja die aufnahme einfach total beschissen ist das ist aber meine schuld also es ist jetzt irgendwie das liegt ja an meiner hardware ein bisschen auch an dem spiel aber bei anderen läuft das ist ja auch flüssig durch irgendwas ist hier wir werden angegriffen ja ich wusste es doch das andere ginge habe ich gar nicht gesehen Ja, es ist halt auch immer ein bisschen eigenartig, wie das... Ich glaube, ich bin falsch. Ich muss noch einen rüber. Ja. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass das Spiel erstmal ein bisschen beraucht. Also gerade so stadtmäßig oder wenn man das erste Mal in den Wald auftaucht und aus irgendeinem Gebäude rauskommt, dass sich das Spiel erstmal irgendwie so ein bisschen fangen muss. Performance-mäßig. Ähm... To my health! And death to the others! You've no magic left! Drink the potion! Move away! Things are about to get dicey! Close to us, sir! Richtig, Lestiri! Roka! Mal eben da schnell einsammeln hier. Wollte gerade sagen, aus den Missionaren hier kriegen wir aber nichts raus. Wir müssen weiter hier. Das sieht gut aus. Ah, das sieht sehr gut aus. Und das ist nicht so gut aus. Die Leute kommen aus. Ich muss mich fragen, was die Wollte gerade sagen? Ich muss euch fragen, was die Of course! Our allies from the continent are always welcome among uns. Was do you want to know? What do you want to know? Was ist deine Mission hier? Wir müssen diese Lost-Souls zurückkehren. Wir müssen sie so dass sie die Revelation erhalten können. Wir haben die perfekte Village gebaut. Eden. Wo sie finden Frieden. In diesem Protected-Paradise. Sie können die Divine-Teachings bekommen, und mit den Illuminated-Chosen-People beherrschen. Haben Sie gehört über die Tenlen-Attacks auf die Village? Ich wusste nicht, dass sie das Name waren. Aber, ja, wir haben gehört über die Attacken. Wir haben ihnen die Hilfe, und eine Komforte, in ihre schwierige Zeit. In exchange für eine inspirierende Gespräche, ich glaube. Natürlich. Diese horrible Beasts haben bestimmt bestimmt von den Demen dieser Isle. To chase nur ein paar weg wäre kein Problem. Wenn sie wirklich desigte Peace haben müssen, sie sehen die Licht. Sie haben nicht die Vizepräsidenten von diesen Angriff? Auf occasionen, ja. Aber dank der Illuminated, wir konnten sie wegnehmen, mit wenig efforten. Sie sehen, dass die Tänlen-Attacken diese Tänlen-Attacken sind irgendwie mit den Demen auf dem Isle, woher sie sind die Natives immer kennenzulernen. Sie sind neben ihnen. Die Dön-Attacken Die Dön-Attacken Die Dön-Attacken Sie haben trotzdem bedrochen Es sind gegen Ihr回-E-Karren. Sie haben mit dem der Zorn missväftigt zu den Demen. Ihm sagen, ihm sagen, dass er gehen soll? Das ist ein Typ? Ach so. In ihrem Hab und Gut. Ach. Okay. Oh. Oh, 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 hier. Versuchen sie natürlich direkt... Ach nee, scheiße, das geht nicht. Ach Mist, ich dachte, das würde gehen, dass ich jetzt hier so einmal so rum kann. Dann sprechen wir jetzt erst mal mit den Jägern. Vielleicht findet sich ja dann auch eine Möglichkeit, wie wir in das Gebäude reinkommen bei den Missionaren. Und ich wusste es, immer Ärger. Okay. Ich würde gerne einmal einsammeln. Äh, hier ein bisschen weiter noch. Hätte ich mit denen nicht zuerst reden können? Muss ich mir so einigen, dass das spart. Oh mein Gott, was ist das denn hier? So. Okay. Good day. Are you the master hunter? Bear tier to murder, Nexe. I am indeed one and the same person. What do you want of me? The Dornay Gad, Katasach, spoke to me about the animal attacks. Could you tell me more? The Ten Lans have been angered. They are very angry. The beasts have always lived here. But they only attack if we tread near their nest. Of late, they attack on sight. There have been many wounded. And some of our young have even disappeared. It may be that the Ten Lans killed them. But it is also possible they followed the missionaries. What can you tell me about the Ten Lans? They are normally very peaceful creatures. Very calm. But who defend their young with fury. During the attacks, I noticed that they were not all the same. Not all from the same nest. What do you mean? That the other beasts don't come from here, but from other places. And that they are coming more and more often. Were there any victims? Many wounded. Thanks to the healing powers of the Dornay Gad, they survived. But the attacks happen more and more often. And they come with greater fury. I tried to chase them away. To destroy any nests that I found. But still, more of them come. And now our children disappear. Distress alone could kill our village. Can you tell me who they are? A young fisherman and a gatherer. You will find a sister of the woman and the brother of the man in the village. I will go and see them. I must be going. So. Yeah. What? I'm in need of your wisdom again. I hear you. Hadn't we though schon? Isn't it odd that these creatures who are normally passive have become so aggressive? Now I have everything. Schön. Das gibt's doch nicht. Ich bin verwirrt. Jetzt muss ich raten. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Weil das wird mir da jetzt immer noch angezeigt. Sprich mit den Jägern. Mein Weibfhirn-F bırak looks like this. Das ist... Hm. Dann wird mir das nicht Jackie want. Das ist das nicht. Auch nicht. Okay, hier ist auch keiner von denen. Ach, ich bin hier auch da hier. Oh, ich bin hier auch nicht. Der spricht überhaupt nicht mit uns. Oh, ich bin hier auch nicht. Ah, Burt-Tir-Tumad, Renigse. Are you looking for a guide? Do you offer services as a guide? Sometimes I take Renigse to a good fishing place. They give me beautiful objects in exchange. But right now we have to be careful. There have been accidents with the Tenlands. Did you want anything else? Okay, keine Schwester gefunden, keinen Bruder gefunden, also muss da irgendetwas sein, was ich noch nicht freigeschaltet habe bei ihnen hier. Muss ich mir das jetzt alles nochmal anhören? I'm in need of your wisdom again. I hear you. I believe I can help you in your fight against the Tenlands. How would you advise me to go about it? Ach, das hat man noch nicht. You must destroy their nests. It's sad, but the only way to stop their numbers growing. There are most likely three around here. I can point you in the direction to one that I discovered. I would have taken care of it, but my village cannot spare my presence here. I must keep watch. I did not find the two others. Some in the village may know where to find them. And how would I go about destroying the nests? You must burn them. And kill the dominant one. Or else they will build again. We see them, especially at dawn. After that, we no longer see them. But be careful, Renigse. The night belongs to the Tenlands. That is when they are most awake. Going out at night is very dangerous. I thank you for your advice. We shall go and destroy the nest come dawn. Darauf bestehen, über das aggressive Verhalten der Kreation zu sprechen, über die Missionare sprechen. Ähm. What do you know about the Missionaries? The Moinshakers? They came here before the attacks of the Tenlands and buzz around us like floys. They speak of Loit, of demons, and the soul. Their words make little sense. All that they want is for us to join their village. And that we serve them as if they were Tjern. They want to make us Renigse. They want to sever our bond with our lance. Their words do not touch those old enough to understand. But the young are sometimes swayed. And listen. They follow them to their Eden village. And they become their servants. Their bone is cut. Have you tried to fight them? No. But some have fought. Because they treat the young girls badly. I think if not for the attacks, no one would have turned to them and their Loit. But hope fled our village. And the weak of courage have doubts and listen to their lies. It sounds as if the attacks began at a timely moment for the Missionaries. Uh. Do you know the art of crafting weapons? Our artisan was among the wounded and my weapon is broken. I can try to repair it. Here, in this condition, it is of no use to me at all. I must be going. Kadazak advised us to speak with the families of those missing. Perhaps they might know where the Tendons have built their nests. Oh, jetzt wird mir auch einiges hier angezeigt. So ist das schön. Ah, ich bin ein bisschen durch den Wind. Äh, ich hab nicht gelesen. Ich dachte, das hätten wir schon alles durchgefragt. Good day. I have been sent here by your Donegad. He asked me to help you. I hope he is right and that you are not like the Moinshakers. My sister has gone missing. It is for that very reason that I am here. To attempt to find her or to understand. Then I will tell you what I know. Your sister. What does she look like? She is a very beautiful young woman. Coined and sweet. I miss her so very much. Is she very careful? Does she know she should be wary of the beasts? Oh yes. She knows it very well. But she has been star eyed of late. And the stars make you forget all caution. Das ist auch geil. Das Aussehen der Schwester. Mir wurde weder eine Haarfarbe noch eine Augenfarbe oder eine Größe oder Gewicht zugeteilt. How long has she been missing? Two nights have gone by since. She told me that she was going to gather berries. It was early in the day, but she never returned. I called for her from the edge of the village, in vain, and the Tenlands were roaming. Do you know where she usually goes picking? Certainly. In the clearing. We find a great many berries there. Is there anyone in the village that might want her harmed? No. No. Everyone loves her. Maybe a little too much. Why do you say that? She is beautiful and young. The Mindshakers took notice. And the boys of the village did as well. What do you think likely happened to her? She might have been attacked by the Tenlands. But it was early and they come out mostly at night. You think it might have been something else? I hope. Even if it is a strange hope. Perhaps she was taken by the Mindshakers. They were pestering her the other day. They behaved without respect. A boy intervened and chased them off. But do you think that they might have captured her outside of the village? That merits inspection. Could you tell me anything about the missionaries? They are monocenaic. They think that they can take anything they desire. What do you mean? They came to our beautiful village. They wanted to take away our young people. Many heard their words and left. We never saw them again. But I saw how they treated my sister. I believe that they take the young to serve them. They wanted to take my sister like that. As if she were a tool. And if it were not for the young fisherman. The one who was also missing? Yes. He was very brave. I hope they didn't hurt her to avenge their pride. I'm going to have to go and speak with them. Tell me about the Tenlands. About their attacks. Before, I only very rarely came across the beasts. We knew their nesting grounds and kept clear of them. But now they are everywhere and they attack everyone. They've even been known to come as close as the clearing where we pick berries. Very far from their favorite grounds. Do you know how to fight them? No. I am not a fighter. If you want such advice, ask the Master Hunter. Well, I will go and investigate this clearing. Perhaps they've built a nest near there. It is possible. Because before there was never one near there. I must leave now. Das haben wir. Haben wir auch... Genau. Wir haben hier noch einen. Mit dem wir reden können. Und wir haben hier noch was. Ach so, das ist das mit der Waffe, ne? Ich komme zusammen. I schon... die Sch antennae. Kali ist das mit dem Kond. Ich komme mit dem Kondel. Druk Up für Nien und stehen. Druk hydro能, ein paar Schmer. Noch Due코? Dann. Dann! Dann, denn, flex, wird und fucker. Dann, ja. Dann, und gute proximity. Dann, ein Mars champ. Na FE. Dann! Dann! Dann, Kl Ich habe einen großen Ternland gesehen, von kürziger Skin. Die anderen sahen ihn zu folgen. Ich fühle mich, dass er sie called, dass er sie rädet, und dass er seine Ort nicht hier ist. Warum hast du nicht versucht, ihn zu töten? Er ist sehr stark, und die anderen ihn beschädigen. Ich habe ihn nur able, um ihn zu seiner Lähe zu holen, eine Kaverne zu holen. Ich habe die Trennungen um ihn herum, aber alle wurden verhindert. Er ist clever. Du sagst, dass er nicht sein Platz hier hat. Was meinst du? Dass er hier wurde, um ihn zu holen, um die anderen zu holen und zu machen, um sie zu rädchen. Und schon wieder ein bisschen mehr erfahren, aber erst müssen wir noch hier mit jemandem reden, der, ich habe keine Ahnung, wo ist. Huch, was war das denn jetzt? Ich glaube hier irgendwo, ne? Da. Das ist wahr? Ich hoffe, Ihre Worte zu be heart-felt. Meine Insights sind in Angst, in Angst, dass mein Bruder ist verloren. Kannst du describe Ihren Bruder für mich? Er ist jung, relativ und stark. Die Mädchen finden ihn handsome. Er ist so ein nice aber er ist wild off the tether. Wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, dass der Bruder von ihm und die Schwester von ihr da hinten, dass sie zusammen durchgebrannt sind. Irgendwie so. Weil vielleicht der eine auf den anderen steht. Ist? Ich denke von jemandem, der plantet Strangleweeds in seinem Garten würde. Vielleicht ein Rivalry. Er war nicht besonders gut mit dem Masterhunter. Aber es war nichts anderes. Vielleicht mit den Missionen. Er war in eine Kampf mit ihnen. Aber sie haben sicher nicht ihn genommen. Das könnte sein. Was er zu jemandem? Was? Er war nicht so, wie sie sie zu tun. Er hat einen Rivalry mit den Mindshakers. Er hat einen Kampf mit ihnen ein bisschen vor. Er hat einen kleinen Mädchen in unserer Stadt. Du denkst, die Missionen vielleicht haben sie versucht, Vengeance? Ich weiß nicht. Aber er hat ihn vielleicht nachdenken in der Stadt. Er hat keine gute Gefühle gegenüber ihnen. Ich gehe und sehe. Vielleicht können sie mir sagen. Über die anderen Opfer sprechen. Er würde nicht mit ihnen gehen. Er würde nicht mit ihnen gehen. Er würde nicht mit ihnen sagen. Was kannst du uns über die Tenlands erzählen? Sie sind die Beasts, die neben der Wasser leben. Riefer oder auf der Flüge. In all unseren Erinnerungen, nur wenn du sie ansprachst, sie schmerzen und attacken. Aber inzwischen... Ja. Katazak sagte mir, sie attacken die Villagers. Sie haben einen Weg. Sie haben einen Weg. Sie haben einen Weg. Ich weiß, woher zu finden. Aber es gibt sicher noch mehr. Mein Bruder sollte nicht die Stadt nicht verlassen. Aber für ein Zeitpunkt, er hat nicht meine Gefühle für ihn. Sie haben mich über die Missionen. Sie haben mich über die Missionen. Die Mindshakers. Sie kamen hier, um uns zu einem marvellousen Stadt. Sie sagten, es war ein perfektes Ort. Wo alles ist in der Licht. Und wo es keine Gefühle ist. Der Worte seem zu haben, zu Ihren Ligen. Ein Platz voll von Frieden ist ein Traum. Hier müssen wir kämpfen, um die Tenlands zu leben. Und jetzt, ihre Geschichte der Lichter sind schwer zu imagine. Es scheint ein schönes Platz, aber mein Bruder hat mit ihnen. Sie gab es Probleme, eine junge Frau, eine von ihren Freundinnen. Sie sagten mir, dass diese Mindshakers waren liars. Sie sagten, dass sie schmerzen, die mehr innocenten Frauen. Ich weiß nicht wirklich was zu denken. Wenn sie sie genommen haben, könnt ihr sie sagen, ihnen zu geben sie zurück? Es ist kein fair trade für unsere Kinder. Die Geschichte über die Kriege meintagelte mich zu zumindest und fragen sie ein paar Fragen. Ich muss sie bleiben. Schön, dass sie genauso schlau ist wie ich. Naja gut, ich muss mich jetzt verabschieden. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal.